Liebe Brüder, sprecht weiter Bittgebete für eure Geschwister auf der ganzen Welt, denn sie haben es bitter nötig. Vergesst eure Geschwister nicht in euren Bittgebete, denn die Bittgebete, so sehen wir, haben schon Wirkung gezeigt. Die Lage in Raza wird immer besser. Und das ist durch Allahs Huld einzig und allein, subhanahu wa ta'ala. Und sie wird sich mit Allahs Hilfe und seinem Beistand noch bessern. Möge Allah diese Lage verbessern. Amin. Meine lieben Geschwister, die Bittgebete, wenn du Bittgebete sprichst, sprechen sie für dich. Sie sind ein Beweis dafür, dass du deine Geschwister nicht vergessen hast. Du beweist Allah dadurch, dass du deine Geschwister nicht im Stich gelassen hast, mit dem Mindesten, was wir überhaupt tun können. Wenn wir nicht einmal bereit sind, das Mindeste zu tun, was wir können, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Es kostet nichts, es nimmt nicht viel Zeit. Du brauchst nur deine Hände zu heben, an deine Geschwister zu denken und wissen, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, shakur ist, dankbar ist. So, wie du deine Geschwister nicht im Stich gelassen hast, so wird Allah dich nicht im Stich lassen. So, wie du deinen Geschwistern geholfen hast, so wird Allah dir helfen in Dunya und Akhirah. Allah hilft seinem Diener, solange dieser seinem Bruder hilft, wie es im authentischen Hadith heißt. Solange du deinen Geschwistern nicht vergisst, solange du deinen Geschwistern hilfst mit dem, was du kannst. Und manchmal, wie in diesem Fall, haben wir nur Dua. Und Dua ist nicht wenig. Aber wenn du dieses Wenige nicht einmal schaffst, wenn du merkst, dass du in letzter Zeit wenig oder kein Dua gemacht hast für deine Geschwister, dann sollst du deinen Iman überprüfen, dann ist das ein Beweis dafür, dass du Schwäche hast, dass dein Iman schwach ist. Du wirst auch Hilfe brauchen. Und Wallahi, wir brauchen alle Hilfe. In Dunya und Akhirah. Wenn du deinen Geschwistern hilfst, dann wird Allah dir helfen. Weißt du nicht, dass der Prophet, sallallahu aleyhi wa sallam, uns mitgeteilt hat, dass derjenige, der für seine Geschwister, für seinen Bruder im Islam, seine Schwester im Islam Dua macht, in Abwesenheit, ohne, dass dieser Bescheid weiß, ohne, dass diese Person Bescheid weiß, dass ein Engel über seinem Kopf steht und sagt, Amin, und auch du sollst das bekommen. Der Engel macht dann Dua für dich, wenn du deine Geschwister nicht vergisst. Ich bitte euch alle, in Allahs Namen, das nicht zu vergessen, nicht zu vernachlässigen. Und wenn es hilft, dann schaut euch die Bilder an. Brüder, es werden immer noch Leute ermordet. Ich habe gestern zuletzt noch Bilder gesehen vom Krieg. Wir hören zwar nicht mehr viel, aber das Töten geht weiter. Und es tut dem Herzen gut, dass man sieht, wie Allahs Gnade über einen ist, dass wir nicht in Angst leben müssen, dass es uns gut geht und dass wir mit unseren Geschwistern verbunden sind. Wir sind eine Umm. Vergiss deine Geschwister nicht. Und wenn dein Herz tot ist und egal ist, ob du siehst, dass Leute gestorben sind oder nicht, dann, Bruder, Wallahi, musst du Angst haben um dich und musst weinen um dich. Dein Herz ist tot. Dein Herz ist tot. Möge Allah uns davor bewachen. Mein Lieb, Geschwister. Aber es gibt viele Taten, die, wenn man sie begeht, egal wie viel du Dua sprichst, Allah deine Bittgebete niemals annehmen wird. Niemals. Und ich möchte euch eines der verbreitetsten, am weitesten verbreiteten Taten nennen. Und das ist Haram als Lebenserwerb. Dass man arbeitet, aber entweder ganz Haram die Arbeit oder teilweise Haram. Oder die Arbeit ist mit Haram verbunden. Man muss Haram-Tätigkeiten machen. Oder man betrügt beim Arbeiten. Man gibt nicht die richtigen Angaben an, zu tricksen. Man geht vorher weg von der Arbeit und lässt sich was aufschreiben. Man macht krank, obwohl man nicht krank ist. Und denkt, alles gut. Und wundert sich, dass Allah ihm nicht das erfüllt, was er sich wünscht. Hat denn Allah nicht versprochen, dass er die Bittgebete annimmt? Doch hat er. Er hat versprochen, subhanahu wa ta'ala, dass er jedes Bittgebete annimmt. Aber genauso hat uns der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, mitgeteilt, dass es Taten gibt, die, wenn man sie begeht, Dua nicht nach oben zu Allah kommen. Diese Bittgebete kommen nicht an. Werden niemals angenommen. Und dieser Hadith ist bekannt, dass einer auf der Reise war und seine Unstaub bedeckt und seine Hände zum Himmel gehoben hat und gesagt hat, ja, ja, bitte vom Herzen. Aber sein Essen war von Haram. Sein Trinken war von Haram. Seine Kleidung war von Haram. Und er hat Haram gegessen. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie soll ihm das Bittgebete erhört werden? Er hat nicht gesagt, sein Bittgebete wird nicht erhört. Sondern er hat gesagt, wie? Wie kann er denken? Was stellt er sich vor? Dein Dua geht nicht zu Allah. Kommt nicht mal an. Wie kannst du glauben über Allah, dass er sowas annimmt? Dein Dua. Während du diese großen Dinge, die Haram sind, machst, dann denkst du über Allah, dass er deine Bittgebete annimmt. Unmöglich. Mach Dua bis Qiyam al-Sa'a. Bis die Stunde einbricht oder anbricht. Bis Yawm al-Qiyama. Dein Dua wird niemals erhört werden. Solange du dich in diesem Zustand befindest. Und weil diese Tat verbreitet ist, leider, muss ich darauf hinweisen, meine Geschwister, pass auf, woher du dein Geld hast. Und dass dein Geld hundertprozentig halal sein muss. Kein einziger Prozent darf von Shubha sein. Shubha, das ist, weißt du, zweifelhaft. Kann sein Halal, kann sein Haram. Nicht mal das soll passieren. Dann kannst du dir sicher sein, dass Allah annimmt. Subhanahu wa ta'ala. Wisst ihr was? Es gibt einen authentischen Hadith des Propheten Mohammeds, in dem es heißt, es wird über die Menschen eine Zeit kommen, in denen sie sich nicht darum kümmern werden, woher sie ihr Geld nehmen. Ob von Halal oder von Haram. Wir haben diese Zeit. Wir haben diese Zeit. Gehöre du aber nicht zu ihnen, die sich nicht richtig darum kümmern. Wird schon Halal sein. Meine Lieben Geschwister, ihr sollt wissen, Subhanallah, das, was die Wahrhaftigen von den Nicht-Wahrhaftigen unterscheidet, ist, dass, wenn sie hören, sich daran halten. Und ihr alle kennt die Geschichte von Abu Bakr, Radiyallahu anhu, As-Siddiq. Er hat nicht diese Stellung bekommen, As-Siddiq, einfach so. Er hat sie bekommen, weil er bewiesen hat, dass As-Siddiq ist, wahrhaftig ist, ehrlich ist mit Allah, 100%. Wallahi, wir sollten das auch versuchen. Ihr kennt die Geschichte, dass eines Tages Abu Bakr, Radiyallahu anhu, einen früheren Sklaven getroffen hat, auf der Straße. Und dieser Sklave hat dem Abu Bakr immer Geld gegeben. Ein Teil seines Einkommens, er hat gearbeitet, und ein Teil seines Einkommens hat der Abu Bakr, der sein Besitzer war, hat ihm das gegeben. Und dann hat er davon Essen gekauft und hat Abu Bakr zu essen gegeben. Und Abu Bakr hat gegessen. Und danach, nachdem Abu Bakr das gegessen hat, sagte dieser Mann zu ihm, weißt du, woher ich das habe? Er sagte, nein. Er hat gesagt, ich habe in Jair Hiliyya, in der vorislamischen Zeit, habe ich als Wahrsager gearbeitet für jemanden. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon, sagt er selbst, ich wusste das nicht, aber ich habe den vorgespielt, Wahrsagerrei, und dann habe ich jemanden getroffen, der mir das Geld gegeben hat. Und dann habe ich damit Essen gekauft und habe dir was auch davon abgegeben. Abu Bakr hat sofort seinen Finger in den Hals gelegt und es alles, was er im Magen hatte, ausgespuckt. Alles, was er hatte, sofort wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum? Weil er erst dick ist, weil er wahrhaftig ist und weil er kennt den Ausspruch des Propheten Mohammeds, sallallahu alaihi wa sallam, kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla bih. Jedes Fleisch, was von Haram gewachsen ist, aufgewachsen ist, hat gegessen und dadurch ist Fleisch und das Aufen aufgewachsen und größer geworden, so hat das Feuer mehr Anrecht darauf. Und er wusste, dass Dua nicht angenommen wird, wenn man Haram isst und dazu natürlich gehört auch Alkohol und Sonstiges. Aber meine liebe Geschwister, ihr sollt wissen, Haram gibt es auch Stufen. Haram gibt es Stufen. Es gibt Arbeiten, die an sich Haram sind. Wie Bank, in der Bank zu arbeiten, ist an sich Haram. Alles daran ist Haram. Oder in einem Laden zu arbeiten, wo Alkohol verkauft wird oder Schwein verkauft wird. Alles daran ist Haram. Und dann natürlich darf man das nicht. Aber dann gibt es auch, dann gibt es aber auch Dinge, natürlich Drogen und so weiter, das ist genauso. Drogen verkauft und das Geld ist Haram und gibt es Leute und die geben damit Sadaqah und wird nicht angenommen. Und die geben ihren Eltern damit Geld. Die schicken ihren Eltern Geld und dann wundern sie sich, dass die Eltern krank werden und Krebs bekommen und Unfälle bekommen und sagen, woher kommt das? Weil du ihnen Gift geschenkt hast. Du hast ihnen Feuer gegeben, das sie gegessen haben und wunderst dich darüber. Du fütterst deine Eltern, speist deine Eltern mit Haram und deine Kinder und wunderst dich. Und dann gibt es Arbeiten, wo das Umfeld, wo die Umgebung mit Haram ist und man mit Haram in Berührung kommt. Oder ein Teil davon ist Haram. Das ist zum Beispiel, wenn man arbeitet und es wird vorausgesetzt, dass man nicht betet. er arbeitet, aber ihm wird gesagt, du darfst nicht beten. Er arbeitet und wird zu ihm gesagt, du musst aber bestimmte Dinge tun, die islamisch nicht erlaubt sind. Eine Frau wird gesagt, du darfst nicht arbeiten, nur wenn du dein Kopftuch weg machst oder jemanden, der sein Bart rasieren muss. Dann gibt es, was mir immer wehtut. Wenn ich Lieferdienste sehe, Lieferdienste und es ist bekannt, was sie liefern. Sie liefern nicht nur Halal. Wer natürlich mit einem von Halal-Laden arbeitet, ist kein Problem. Aber wenn jemand bei einem allgemeinen Lieferdienst arbeitet, wird er mit Haram in Berührung kommen oder kassieren. Der kassiert Halal und Haram und wundert sich darüber. Meine Lieben und Geschwister, es gibt viele Arten, Haram zu begehen und sein Geld von Haram zu bekommen. Bitte fragt vorher nach. Bitte, bevor ihr eine Tätigkeit macht, fragt, ob diese Art Halal ist oder Haram. Und manchmal, wie gesagt, wird man mit Haram konfrontiert. Das wusste man vorher nicht. Und dann muss man fragen, ist das Halal, darf ich das so weiterführen oder nicht. Manchmal ist in einer Arbeitsstelle zum Beispiel eine attraktive Frau und man hat Probleme. Man gerät in Versuchung. Dann natürlich sollte man diese Arbeit wechseln oder mindestens die Abteilung. Dann kann man natürlich auch anders weitlich in Haram in Verbindung kommen, wenn man bestimmte Sachen verkaufen soll. Versicherungen, Lose, was auch immer. Frag bitte nach, dass man Bestechung gibt oder nimmt. Das alles ist Haram und Allah ist nicht damit zufrieden. außer, dass man verflucht wird von Allah, wird das Bittgebet auch nicht angenommen. Und was aber häufiger passiert ist, dass man, nachdem man das gemacht hat, nachdem man das gemacht hat, fragt man erst, war das Halal? Dann sagst du, nein, Oh, aber ich habe schon damit dies und jenes gemacht. Ich bin damit zu Umrah gefahren. Was machen wir jetzt? Bitte, meine Lieben Geschwister, fragt vorher nach. Abschließend, meine Lieben Geschwister, wir befinden uns momentan in Zeiten, in denen es Feierlichkeiten gibt bei den Christen. Bei den Christen gibt es den größten Feiertag in den nächsten Tagen. Bei den Christen, nicht bei den Muslimen. Bei den Muslimen ist das, was sie feiern, eines der größten Sünden überhaupt. Warum? Weil sie feiern die Geburt des angeblichen Sohn Gottes. Das ist der Feiertag. Wenn sie daran glauben und sie das feiern, das ist ihre Angelegenheit. Ihr habt eure Religion und wir unsere und ich habe meine. Aber es geht nicht, Geschwister, dass ein Muslim zu einer Sache gratuliert, ihnen das Gute wünscht für ihren Feiertag und sie wünschen, feiern diesen Tag, an dem Gott oder der Sohn Gottes geboren sein soll. Dazu gratulierst du, wenn du sagst, fröhliche Weihnachten oder ich wünsche ihnen Weihnachten und was auch immer. Das darfst du nicht, haram. Wer das mit Überzeugung sagt, ist raus aus der Religion. Wer das weiß, was es bedeutet und er macht es trotzdem, ist raus aus der Religion. Sie feiern, Gott sich einen Sohn genommen haben soll und du sagst, wünsche ich dir auch, ich freue mich. Das Gratulieren ist, ich freue mich für dich. Du gratulierst jemanden, wenn er Abitur bestanden hat, ich freue mich darüber, dass du Abitur bestanden hast. Herzlichen Glückwunsch. Wenn er heiratet, ich freue mich, dass du heiratest. Herzlichen Glückwunsch. Wenn er ein Kind bekommt, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn sie feiern, dass Gott oder der Sohn Gott geboren sein soll, kannst du doch nicht sagen, Gratulation. Was soll ich sonst sagen? Ich schäme mich. Die Antwort ist, Subhanallah, du sagst, ich feiere das nicht. Und wisst ihr was, ich habe so oft jetzt mitgekriegt in letzter Zeit, dass sie gesehen habe zu den Muslimen und ihnen gesagt haben, schöne freie Tage. Ich wünsche ihnen eine schöne Winterzeit und was auch immer. Warum? Weil es Muslime gab, die sich eingesetzt haben und gesagt, schauen sie, wir wissen, dass sie das nett meinen. Und sie meinen es ja nicht böse. Aber wir verkaufen uns billig, wenn wir sagen, ja, wünsche ich ihn auch. Und manchmal beginnen wir damit. Weißt du, was du sagst? Wallahi, diese Worte sind groß. Himmel und Erde würden platzen, wenn Allah es nicht anders bestimmt hätte. Über diese Worte, dass Allah sich einen Sohn genommen haben soll. Sag, vielen Dank, aber wir feiern das nicht, wir sind Muslime. Ach so, stimmt. Und irgendwann wird das kommen. Und vielleicht ist auch eine Tür für die Dawah. Gott hat sich keinen. Wir feiern nicht einen Tag, Gott hat sich keinen Sohn genommen. Und dann kannst du Dawah machen. Allah ist einzig. Allah braucht keine Kinder. Er braucht keine Frau. Er braucht niemanden. Allah ist unabhängig. Das ist Dawah. Und dann werden sie schauen, wenn es nur einer von euch war, dann werden sie sagen, ach stimmt, alles klar, für die Hatschis, ein Bart oder ein Kopftuch werden wir sagen, schöne Hinterzeit. Aber beginn nicht du mit diesen Feierlichkeiten. Hab nichts damit zu tun. Und die Vertraue der Gedäten und der Prediger könnt ihr gucken, was darf man tun, was darf man nicht tun. Fragt vorher nach, damit euer Geld halal ist.